Wieder eine Legende vor dem Mikrofon von Radio Shantytown, Nick Welsh von Scarville UK. Nick, stell uns bitte kurz deine Band vor. Scarville UK ist myself, Nick Welsh, auf Bass und Vocals, Martin Stewart auf Keyboards, Louis Alfonso auf Guitar, Winston Marchais auf Drums und wir haben zwei sehr spezielle Gäste mit uns meistens, die ist Jenny Matthias, die wunderschöne Jenny Matthias auf Vocals und die wunderschöne Rode Dakar auf Vocals. Scarville UK ist eine sehr gute UK-Scar-Supercrew. Du hast das aus der Website von MoonScar, nicht wahr? Nein, es ist keine Supergroup, es ist nur eine Band, die nur die Ambition ist, neue Songs zu spielen. Während viele Scar-Bands wie R.H. spielen die alten Songs wieder und wieder und wieder, Scarville UK muss auch neue Songs machen, insbesondere mit Rhoda und Jenny. Sie können nicht in dem Vergangenen leben. Sie haben ein sehr gutes Vergangenen, aber sie können nicht in dem Vergangenen leben. Ja, wir haben ein Album called 1973 auf MoonScar World und ein Album called Decadon, welches ist auf Jürgen Klinsmann Records. Habt ihr in Deutschland gespielt oder habt ihr vor, die meisten in Deutschland zu spielen? Wir haben im Skar-Festival in Potsdam gespielt und es war sehr gut. Und viele deutsche Leute haben früher gesagt, aber ihr habt keine Bras, wo eure Bras sind? Aber nachdem wir gespielt haben, haben sie es liebte. Sie haben absolut liebte es. Ich würde gerne in Deutschland gehen, wenn jemand in Skarville UK will, lasst uns wissen, wir würden gerne kommen. Ich habe leitere Brasen, ich habe alles. Ich liebe Deutschland und ich möchte kommen. Ich liebe die Fräuleins, ich liebe Verdi-Poban, viele... Oh, bitte! ...und viele verschiedene Pläne. Scar Splash ist das größte Festival Englands und ich denke, ist es für euch ein besonderes Erlebnis, hier um Scar Splash zu spielen. Ja, es ist ein Highlight, es ist ein Highlight, es ist ein Highlight, es ist ein Highlight zu spielen mit Leuten wie diese, Legends, du weißt, was ich? Ja. Wir sind nur mehr nichts, compared zu diesen Männern. Wir sind nur junge Leute. Ja. Und das ist immer eine große Erlebnis, für uns zu spielen, mit Leuten, die uns in den ersten Jahren inspiriert haben. Das ist also communauté... weißt ganz wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020